Na gut. Ja, die Fallen mal. Okay, die kommen jetzt. Hm. Und ich hab's schon gehört. Die Sonnenführer sind auch wieder hier. Hm. Okay. So. Gut. Hehe. Warte, 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 noch nicht ziehen ihn das. Schön. Ach, das ist ein Scheißviecher. Ich hasse die. Hm. Okay. Hm. Aha. Da sind die. Hm. Okay, wir sind hier. Totenschädel, das ist alles. Hm. Keine Truhe. Gar nichts. Hm. Ich liebe das Geräusch von Wasser. Das ist so beruhigend. Für mich. So. So. Verdammter Käfer, du. Mist. Dann halt hier. Jetzt kann ich raschen. Ich hasse diese Viecher. Vor allem diese nächste Stufe von denen. Ich gehe mit einer Handbrust. Oder eine Zwergenballiste. Ich komme da auf und habe genug. Das brauchen wir nicht. Was machst du? Ich kann ihn nicht aktivieren. Kein Hebel. Ist denn hier kein Hebel? Gar keins. Okay. Du 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 du. Ah. Du 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 so. Schön. Nein. Endlich haben wir es. Aber nicht von die Bella. Dankeschön. 25 Punkte. Ja ne. Endlich haben wir es. Jetzt können wir das letzte Altar bauen. gut. Das ist mir die Notiz. So das kann ich streichen. Dann fehlt noch Amelette. Kühnare. Ach stimmt. Das fehlt noch. Und Säbelzahnpelz. Stimmt. Was ich verbraten habe. Dummerweise. Aber sonst. Okay. Dann haben wir alles. Dann ist unser Haus komplett ausgebaut. Schön. Okay. Hier ist keiner mehr. Na doch. Kommt da einer aus dem Loch. Direkt rausgeschissen. Ich würde es sehen im Dunkeln. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Autsch. Okay. Hat er eine Heilungszauber oder was war das? Mist. Verdammter Mist. Na 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 na. Okay. Moment. Zeit für die Armbrust. Und das. Hehe. Na. Keine Chance. Schön. Nein. Ich bin offline. Nein. No. Bin ich wieder da? Okay. Ich bin wieder da. Warte kurz ein Deal. Disconnect. Welchen Grund auch immer. So. So. Okay. Was haben wir denn hier unten? So. Hm. Aha. Schön. Sonst noch was hier. Eine Unterwasserhöhle oder sowas. Was ist das denn? Okay. Hier ist nix. Sondern hier. Hier. Und das Knochen. Die Plätschern und Plätschern und Blutschern. Und sonst nix. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Geht's weiter. Okay. Hier ist nix mehr. Ah. Da kam wieder einer. Ausgeschissen. Okay. Ich muss diesen Scheiß hier mal wegwerfen. So. Oh. Oh. Okay. Flammerbogen. Okay. Hm. Keine Kiste. Willst du mich verarschen? Okay. Diese Flammer hier sind da. Die haben hier ja gar nix. Gar nix haben die. Tschüss. Nicht mal ihr Leben haben die. Haben die jetzt auch verloren. Aber verdient. So. So. Was haben wir denn hier? Äh. Gewicht. Geht noch ein bisschen. Da muss ich kurz zurück. Und ablagern. Hm. Hm. Okay. Da ist einer. So. Fast tot. Hm. Zauberer. Ja. Bist du. Verdammt. Okay. Das ist ein normaler Fall. Tschüss. Und. Tschüss. So. Hm. Hm. Da, 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 damm. So. Okay. Hm. Da, 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 damm. Ist das hier ein Klassenzimmer, oder was ist das hier? Versammlungshalle. Hm. Okay. Schön. Wieder ein bisschen Schmiedmaterial. Hm. 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 Sieht hier aus wie ein Gericht oder sowas. So. So. Das war ihr Hammer. Okay. Interessant. Hm. Hm. Das ist ja toll. Hm. 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 Das sieht aber seltsam aus. Oh nein. Er hat sein Bein gebrochen. Ach du Scheiße. Oh nein. Sein armes Bein. Hm. 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 Ah ne Falle. Kannst du selber da reintreten. Na los. Oder du. Könnt ihr tun. Und die haben's kaputt gemacht. Die haben's kaputt gemacht. Ich glaube es hakt. Oh shit. No. So. Okay. Zeit für Bolzen. Bolzen Action. Hm. So. Vergiftet. Ist ja witzig. Sein Gift ist lächerlich. So. Hm. Schön. Okay. Kurz heilen. So. Gut. Und dann machen wir. Okay. Ich mach jetzt hier mal das hier. So. Damit's schneller geht. Und Gewicht. Okay. Ich geh kurz zurück. Kurz abladen. Sag. Laufen. Laufen. Laufeln. Laufeln. Nicht stecken bleiben. Das wäre nett. So. So, zwei Meter laufen, das ist so anstrengend. Ach man. Hab ich dich schon, okay. War mir nicht mehr sicher. So, weiter laufen. So, weiter laufen. So, weiter laufen. Warte. Warte. Warum? Warum bist du jetzt wieder da? Was soll das? Shit. Warum ist da noch einer? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was? Warte. 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 So, nimm das. Das geht weg hier. Warte. 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 Das also bin ein guter Schleicher. Selbst wenn das Verteidigungssystem hier mich nicht hört und bemerkt. Interessant. Oh, das war ein Spätsünder. Kann auch sein. Hm. Ja gut. Gut. So. Hochzeit. Hm, hm. Schnauf. 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 I慎, schna. Schnauf. So. Hm. Okay, ist doch so weit weg. Ach ja, die Dweberruinen, die sind riesengroß. Die sind einfach riesengroß, okay. So. Abladen. Das hier kann man weg. So, was haben wir denn hier? Hier. Das kann auch mal weg. Kommt später wieder. Das hier noch. Okay, das wird später mitgenommen. Gut. Und jetzt den ganzen Weg nochmal da vorne hin. Ne, ist ja spannend. Schade gibt sie keinen Ausdauerskill. Damit können wir es jetzt prima leveln, aber... Na, die ist ja nicht verfügbar. Hm. So, ach Mist, falsch. Da müssen wir hin. Wir wandern durch Ruinen. Der Ruinenwanderer ist unterwegs. So. Hoi. Hm, hm, hm. Ach, egal. So. Weiter geht's. Okay, da drüben scheint noch was zu sein. Da hinten. Hm. Laufen, laufen, laufen. Hier ist nix, okay. Laufen, laufen. Und wir sind da. Sind wir jetzt da? Na, fast. Ein bisschen weiter war es noch. Stimmt. So. Jetzt aber. So. Gut. Hier sind wir stehen geblieben. Was haben wir denn hier? Oh nein, ein Bandit hat's erwischt. Hm. Schau mal, die elf Gold retten. Dann ist wenigstens etwas gerettet. Hm. Cool, cool. Okay. Da ist nix, okay. So. Hm. Aha. Was haben wir denn hier? Hm. Noch mehr Fall mal. Zurück, 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 zurück. Und ja. Jetzt. Und tschüss. Einer ist mal weg. Und der zweite kann direkt hinterher. Du kannst dich hier verpissen. Verzieh dich. So, und du bist schon vorsichtig. Ist löblich, aber tschüss. Bringt ja nix. Hm. Okay, es waren die. Ah, da oben ist sie schon. Okay. Hm. Ich dachte, dass sie wäre ein bisschen grösser. Hm. Okay. Hier ist nix. Da ist was. Oh, ich kaltkosse jetzt. Schön. Frostresistenz. Bin nicht sicher, ob ich das hab. So. So. Okay. Hm. Schön. Was hast du? Dankeschön. Was haben wir hier noch. Hm. Hier oben ist noch was. Okay. Na, ich glaub, da müssen wir eh hin. Das da ist verschlossen. Von dieser Seite aus. Hm. Ja, sieht verschlossen aus. Hm. Hüi. Tö, 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 tö. So. Okay. Den haben wir denn hier jetzt. Was erwartet uns hier? Wer will hier was? Da ist einer. So. Keine Chance. Und da ist schon der Schalter. Okay. Interessant. Hm. Na gut. Das ging schnell. Hm. Okay. Hm. Na gut, das ist nicht das. Was ich in Erinnerung hatte. Das war woanders. Hm. Komm schon. No, 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 no. Okay, es ist hier irgendwo. No. Irgendwo hier. Gut. Schön. Und was haben wir hier? Okay. Hm. Wenigstens etwas. Dieses Falmerzeug, das kann man verbrennen. Ist unwichtig und nutzlos. Hm. So. Was haben wir hier? Okay. Feuerresistenz. Hm. Nehme ich mal mit. Bin ich sicher. Na gut. Hätten wir das auch? So. Hm. Wo sind denn die her? Das sind die. Komm her, du. Mist. Komm her, du. So. Ein Schleicher. Ups. Das wird jetzt ein bisschen... Ein bisschen wird das. So, geh mal weg da. Zeit für Ambrust. Auf, dir zu heilen. Hm. Hm. Okay, interessant. Was ist das denn da, hä? Okay. Du willst mich mit Heilung besiegen. Du willst mich mit Heilung fertig machen. Okay, mach du nur. Versuch du nur. Zeig's mir. Oh. So kann ich also heilen. Interessant. Oh, du machst dich nicht fertig. Shit. Wie soll ich dich nur besiegen? Ach du Scheisse. Wie nur. Ich weiß nicht, wie lange kannst du das noch? Warum kannst du das unendlich? Was soll denn das? So, geschafft. Okay, was war das? Was wollte er da mit den Bezwecken? Hm. Interessant. Na gut. Was haben wir denn hier im Brunnen? Ist nix. So, einmal das hier. Und das Werk im Pfeil. Gut. Das war interessant. Hm. Hm. So. Wird. Ah, hier ist es schon. Der Bauplan. Okay. War das hier dann schon alles? Hm. Zweig in Ambust. Schön. Okay, ja nicht. Hm. Hat er jetzt da noch mehr? Okay. Was haben wir hier? Okay. Andere Seite. So. Gut. Oh. Oh. Dann bin ich ja. Hm. Okay, interessant. Hm. Aha. Schön. Komm, was hast du? Nehme ich gerne mit. Sonst ist hier nichts mehr. Gut. Was haben wir noch hier in der Hütte? Ist hier auch noch was? Haben die noch einen Loot oder so? Einen Loot oder zwei oder drei? Nix, okay. Die haben einfach nichts. Können nichts und haben nichts. Da sind die Falmer. Okay. Torhaus. Okay, was ist das? Was ich noch in Erinnerung hatte? Äh, doch nicht. Das war was anderes. Zwerg und Centurium meistern. Ach du Scheiße. Ach du Shit. Ähm... Das war's, aber... ... Shit, was soll ich hin? Ich habe keine Deckung mehr. Verstecken. Du siehst mich nicht. Hier ist niemand. Niemand ist hier. Lass den Dampf weg. Ach du Scheiße, weg hier. Weg hier. Holy shit. Der haut rein. Na, 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 na. Okay. Armbrust. Ah, renn doch. Ach, okay, der braucht zu lange. Für die Armbrust. Nein, Mist. Da wollte ich zu viel. Hm, okay, Armbrust ist hier nicht gut. Der braucht zu lange. Hm. Okay. Ich mache es mal anders. Moment. Dann habe ich hier mehr. Zum Schießen. Jetzt aber los, wie Maschinengewehr. Wie Maschinengewehr. Na los. Na los. Schon viel besser der Schaden. Los. Und weg. Okay, jetzt kommst du. Na, 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 na. So, geht drauf. Und tschüss. Gut, das hätten wir. Jetzt nur noch wir zwei. Jux. Bin runtergefallen. So, komm her. Jetzt ist Schluss. Schluss mit Schlussverkürzung. Hä? Okay. Das sah für einen Moment gerade aus wie der Tempurium-Meister. Da war ich gerade verrührt. Ah, geschafft. So. Okay. Geschafft. Und wo bist du hin? Ne, ach, da bist du. Ach. Ach, geschafft. Ich kann etwas öffnen. Oh, da. Gut. Okay. Das nehme ich. Das nehme ich. Und das ist leer. Okay. Ja, gut. Ja. Ja. Hm. Die Hilfen sind ja aber auch irgendwie unnötig. Wofür braucht man die denn? Oh, was ist das denn? Was, tut es da klingen? Tut es da klingen? Was? Was für eine klingen? Auf gesundheit und auszutauern. Okay, interessant. Hm. Ah, was ist das denn hier? Ah, ich weiss wofür, glaube ich. Ich glaube, ich weiss wofür. Oh, das wird noch ein Spass. Das zu erkunden, was das war. Na gut, das hätten wir ja schön. Hm. Ja, so, das ist gerade meine Meinung. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Hm. Okay. Interessant. Okay, wir sind zurück. Wo ist denn hier? Ja, da vorne. Da vorne hieß es. Und wir haben da noch was. Gut. Du, 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 du. Gut. Gut, gut. Hm. Das Pferd ist noch da, schön Du lebst noch, gut Gleich können wir gehen Das war interessant Und das hier ist noch alles da, Kurt Sehr gut, sehr gut Da vorne noch So, jetzt haben wir alles Okay und diesmal können wir auch anhalten Falls uns was begegnet So und du hattest uns schon dein Essen, gut Dann können wir gehen Speichern hier noch lieber Nicht, dass noch was passiert Gut Okay, hier leer, sieht es Irgendwas passiert hier Was nicht passieren sollte Okay, aber bevor wir gehen, will ich das hier noch anschauen Ist das da eine Rockfestung Kurz mal da hinschauen Na, Fuß, was geht Äh, gehe hier lang Trap, 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 trap Nur mal schauen, ob das eine Festung ist Wenn nicht, dann wieder tschüss Wir sind hier dann soweit durch Und es ist Es ist keine Rockfestung Okay, tschüss Ähm Was ist denn hier? Wir müssen ganz weit nach unten So Oh, wir können schnell reisen Cool Das geht Nice Mit dem eigenen Pferd Okay, das ist gut zu wissen Schön Gut, gut Das ging schneller als gedacht Und da sind Feinde Moment Okay, dann müssen wir noch schnell aufräumen Ein Abwärts mal das hier Schnell loswerden Du, 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 du Äh Das hier ist ein Questobjekt Okay, wer, äh, was? Wer? Von wem? Hm. Okay, von die Bälle haben wir. Dankeschön. Hm. Dum, dum. Dum. Dum, 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 dum. Hm, hm. So. Okay. Dum, 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 dum. Hm. Wann holt das Tagebuch? Aber die haben wir nicht gefunden, Maluril, oder wie die heisst. Die haben wir nicht gefunden, hm. Da, 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 gut. Wir haben wieder ein bisschen Zwergenbahren. Schön. Sehr schön. Ach man, das ist scheiß klein fliegende Nerven hier. Wir sind halt immer noch da. Okay, wir müssen jetzt aufräumen. Irgendwer will hier was. Ich werde dein Blut sehen, wenn ich nicht draufgehe, hier. So. Jetzt werde ich aber aggressiv. Die greifen mein Pferd an. Das wäre nicht geduldet hier. Hm. Hm. Okay, jetzt ist aber Schluss. So, geh schnell drauf, du kleiner Sack. Komm her, du Pisser. Stür. Verdammter, Drecksack. Nein. Das hat 1000 gekostet. Du Verdammter. Wollen wir das machen? Okay, jetzt ist Schluss. Das bedeutet Krieg. Wir werden nachher ein paar Banditen umklatschen hier. Zur Strafe. Das geht so nicht. So, du machst dir nichts. Lass mein verdammtes Pferd in Ruhe. So, nimm das. Verdammter, Drecksack. Ich habe keine Chance hier. Komm her. Du Sack. Ach man, du bist doch... So, nimm das. Verdammter, Arsch. Alles in Ordnung. Sorry, dass ich dich getroffen habe. So, ich bin jetzt zu deinem Stall. Hm. Kann ich bitte absteigen. Hallo. Hallo. Moment, was ist da vorne? Willst du mich farschen? Was soll das? Das ist die Co. Ich dachte schon, da wäre jetzt ein P. Oder sowas. Langes Leben euch, der Hane. Ja, dir auch. Danke für die Hilfe. Mann, diese Säcke. So. Okay, das hätten wir. Dann zurück. Den letzten Plan abgeben. Tschau. Tschau. Vielen Dank.